In diesen Zeiten lernen wir sehr viel über Demokratie im Allgemeinen. Nehmen Sie mal den Arabischen Frühling zum Beispiel. Da waren ja erst alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist das Beste. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Herrliche Bilder, als die ersten hinterher sprangen. Um zu uns rüber zu schwimmen, liest die Begeisterung schon etwas nach. Ich meine, wir Deutsche sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wenn da alles über die Trümmer geklettert kommt. Dann kamen die ersten freien Wahlen. Das war Tunesien, das erste Land, wo frei gewählt werden durfte. Und zum Entsetzen aller, die ortsansässigen Moslems haben da muslimische Parteien gewählt. Mehrheitlich. Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Da stand in unserer Zeitung ein wortwörtlich Große. Sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Und dann kommt es, in Ägypten kam es direkt zur Katastrophe. Lässt man die Ägypter frei wählen, da wählte sie einen Herrn Mursi als Präsidenten. Einen Islamisten als Präsidenten. Mehrheitlich. Einen Islamisten, Sie wissen, das ist im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Und dann kommt dieser Mursi an die Macht, demokratisch gewählt, macht ein paar Gesetze, die einigen Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft so gegangen. Aber sogar Leute, die den Mursi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht über das, was der da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, willkommen in der Demokratie. Und dann stellt sich plötzlich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als hier. Sehen Sie, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine vier Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach bei der Armee an. Und sagen, können Sie bitte bei den gewählten Präsidenten verhaften, so geht das hier nicht weiter. Und wenn die Anhänger ein Protest machen und demonstrieren, erklären Sie die zu Terroristen und lassen Sie die einfach über den Haufen schießen. Und dann steht in unserer Zeitung und in Ägypten wurde die Demokratie gerettet, indem Demonstranten erschossen wurden. Und dieser Artikel musste Janukowitsch in der Ukraine aufmerksam gelesen haben. Aber als er das dann nachgemacht hat und die randalierenden Demonstranten in der Ukraine zu Terroristen erklärt hat und abknallen lassen, da war es dann wieder falsch. Da muss einem erst mal einer erklären, wo man es darf, wo nicht. Der Kohl hätte gesagt, der Mob der Straße hatte der Demokratie nichts zu sagen. Und was ein aufrechter Demonstrant ist und was ein Mob ist, das entscheidet im Zweifelsfall die Bild-Zeitung. Man muss eben die Unterschiede kennen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden. Und dann sagen, ach, Entschuldigung, es gab die Atomwaffen gar nicht, wegen derer, wir hier gekommen sind. Dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Härtung des Weltfriedens. Man muss eben nur wissen, was was ist. Und da haben die halt noch viel zu lernen in der Welt. Der Mosi hat es wirklich übertrieben, muss man auch mal offen sagen, der Mosi, der steht jetzt vor Gericht, der ist angeklagt, wegen Aufruf zu Mord. Und das geht nur wirklich nicht. Das wird der Obama auch nie machen, sowas. Der Obama wird doch nicht zu Mord aufrufen, der befiehlt den. Aber der ruft doch nicht dazu auf. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3.000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Er hat sie vorher zu Terroristen erklärt, ist klar, alles korrekt. Aber die USA arbeiten da eine Liste ab, ist Ihnen schon bekannt, oder? Das ist eine offizielle Liste. Da stehen die Namen von Menschen drauf, von Obama abgesegnet. Die Welt wird über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschal. Was haben Sie auch so schlechten Umgangs. Sie können die Liste ja einsehen. Jetzt stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Liste aufstellen und anfangen, weltweit Menschen umzubringen, die ihm gefährlich werden könnten. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Vielen Dank. Danke sehr. Im Laufe des Abends werden Sie merken, dass dieses Jahr eine ganze Reihe von Preistagern aus der Schweiz und Preistaggerinnen aus der Schweiz dabei sind. Und da muss ich mal dazu sagen, das ist natürlich purer Zufall, denn sowas kann man ja nicht steuern. Ein bisschen muss die Schweiz allerdings unterstützt werden in diesen schweren Zeiten, das sehe ich auch so. Weil die Schweiz ist schwer unter Druck. Das Schweizer Bankgeheimnis ist inzwischen fast so löchrig wie der Käse, den sie herstellen. Und die eine Schweizer Großbank muss jetzt sogar Strafe zahlen. In Deutschland wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das ist ganz gruselig. Alte Freunde der Schweiz wie Alice Schwarzer und Uli Hoeneß haben dem Land den Rücken gekehrt. Das hätte einem ja vor ein paar Jahren auch keiner geglaubt, dass diese Kampf im Manze und der Obermacho mal in einem Boot sitzen würden, oder? Alice Schwarzer. Alice Schwarzer, die Bild-Zeitungs-Nutte. Die gegen Prostitution kämpft. Großartig. Und Uli Hoeneß, der Mann, der immer schon wuchst war, was alle anderen gesagt haben. Und weil die Schweiz jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit diesen zum Teil kriminellen Zuwanderern, wollen sie jetzt unter sich bleiben. Und die Regeln für den Zuzug von Ausländern sollen jetzt verschärft werden. Das kann ich sehr gut verstehen. Gleichzeitig sind jetzt gerade die Regeln für den Waffenexport in der Schweiz gelockert worden. Das könnte ich auch gut verstehen, wenn ich Waffenhändler wäre. Ja, also die Schweiz darf, es ist wirklich wahr, in Zukunft auch Waffen in Länder exportieren, die sich nicht ganz so scharf an Menschenrechte halten, wie zum Beispiel USA oder Israel. Und unsere deutschen Rüstungsfabriken sind natürlich völlig entsetzt und fürchten einen Wettbewerbsnachteil. Denn wir sind der drittgrößte Waffenexperte der Welt, wir Deutschen. Und wie wollen sie das bleiben, wenn sie Waffen nur an Leute liefern dürfen, die die dann nie benutzen? Ja, entschuldigen Sie bitte, keine Waffen in Spannungsgebiete. Wie weltfremd kann man eigentlich sein? Wenn sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen. Das sind ja auch Arbeitsplätze bei uns, das darf man auch nicht vergessen. Tausende von glücklichen Familien leben davon, dass wir Rüstung exportieren. Und sehen Sie es doch mal so, jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg in Afrika mit einer deutschen Waffe über den Haufen geschossen wird, den müssen wir schon nicht von Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen auch mal die größeren Zusammenhänge sehen. Unsere Politiker denken sich da schon was bei. Und wir liefern nicht nur Waffen, das wissen die wenigsten, wir liefern auch Prothesen. Deutschland ist einer der Top-Anbieter von Prothesen. Weltweit, das sind doch Systemangebote, die wir da machen. Im Verlauf der Schulden- und Euro-Krise haben wir ja eine Menge erstaunliche Dinge erfahren dürfen. Über Griechenland insbesondere. Ich meine, dass die reichen Griechen es mit dem Steuerzahlen nicht so haben, das war uns eigentlich immer schon bekannt. Aber was mich sehr verblüfft hat, ist zu erfahren, dass sie da gar kein Katasteramt kennen. Also die wissen ja wirklich nicht, wem diese Luxusvillen da gehören. Wie will man die dann besteuern? Und wenn es überall nur Schwarzbauten gibt, kann man natürlich auch prima Schwarzgeld verbauen. Das ist ganz klar. Und ich habe eine Idee, wie man den Prozess beschleunigen kann, um herauszufinden, wem was gehört. Also ich schlage folgende Vorgehensweise vor. Ich würde in der ersten Luxusvilla klingen und würde sagen, guten Tag, ich komme vom Finanzamt. Wir würden ja mal wissen, wem das Haus hier gehört. Und wenn die dann sagen, das wissen wir auch nicht. Warum wollen sie das denn wissen? Wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, sie wohnen hier nur. Sie sind nicht der Besitzer, das heißt, sie sind Mieter. Dann müssen sie doch einen Mietvertrag haben. Sie müssen doch den Besitzer kennen, wenn sie hier wohnen. Wenn die dann sagen, nee, wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, sie sind nicht Besitzer, sie sind nicht Mieter, dann kommen sie mal raus. Dann sind sie Hausbesetzer. Dann sind sie jetzt verhaftet und dann lasse ich einen Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist wunderbar für die Umwelt und schafft schon mal Arbeitsplätze im Bulldozerbereich. Und während die Jungs am Arbeiten sind, klingeln die schon bei der Nachbarvilla. Guten Tag, wir kommen vom Finanzamt, wir führen hier Umstrukturierungsmaßnahmen durch, wie Sie vielleicht sehen. Sie müssen den Menschen beweisen, dass sie das ernst meinen, sonst hat das alles gar keinen Zweck. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie zwei, drei Villen abgerissen haben, ab der vierten Villa meldet sich überall ein Besitzer. Das ist mein Haus. Was wollen Sie eigentlich? Ja, was wir wollen, ist ganz einfach. Wir wollen wissen, wovon Sie das Haus bezahlt haben. Sehen Sie, wir haben ja Ihre Steuerunterlagen, die Sie eingereicht haben. Sie haben die letzten 15 Jahre nie mehr als 15.000 Euro zu versteuerndes Einkommen angegeben. Das Haus hat doch viel mehr gekostet. Wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja, Sie können Fragen stellen. Soll ich raten? Schwarzgeld? Ja, jetzt hören Sie doch mit dem Getue auf. Sie sind doch selber geriecht. Wir wissen doch, was hier gelaufen ist. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das war ja so. Das ist halt unsere Kultur gewesen. Nur der Spaß ist jetzt vorbei. Die Party ist zu Ende. Die kleinen Leute mussten die Renten gekürzt kriegen, die Löhne mussten gekürzt werden. Leute wurden entlassen und Sie müssen jetzt Ihre Steuern nachzahlen. Das ist jetzt einfach so. Sie zahlen 10 Jahre, rückwenden Ihre Steuern nach und alle sind zufrieden. Ja, aber mein ganzes Geld ist doch in der Schweiz. Ja, dann holen Sie das Geld jetzt mal zurück. Ich würde mich beeilen. In zwei Tagen kommt der Bulldozer. Mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das ein bisschen sportlich organisieren. Sie können das auch ins Fernsehen verkaufen. Eine neue Sendereihe. Wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Bei den Luxusjachten ist die Sache noch viel einfacher. Da brauche ich nicht mal einen Bulldozer. Ich gehe auf die erste Luxusjacht und sage, wem gehört das hier? Und wenn sich keiner meldet, dann mache ich da drei Löcher rein. Blub, 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 weg ist das Ding. Und wenn Sie zwei, drei Schiffe versenkt haben, kommt wieder einer angelaufen. Das da ist mein Schiff. Lassen Sie die Finger davon. Schönes Schiff. Ja, das ist mein ganzer Stolz. Ja, wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja, hören Sie mit dem Getue auf. Wir wissen ja Bescheid. Schwarzgeld ist kein Problem. Wir wollen ja keinen moralisch verurteilen. Sie werden doch nicht bestraft. Sie müssen nur zehn Jahre die Steuern nachzahlen. Ja, wovon sollst du das denn tun? Mein ganzes Geld steckt doch in dem Schiff. Ja, dann verkaufen Sie jetzt das Schiff und davon zahlen Sie Ihre Steuern nach. Ja, da hätten Sie das ja gleich versenken können. Jetzt beginnst du zu begreifen, mein Freund. Es gab im letzten Jahr in Deutschland zwei richtig große Skandale. Das eine war Pferdefleisch in der Lasagne und das andere war der APÖ-Skandal der NSA. Und da hat sich herausgestellt, also die Deutschen haben im Grunde kein Problem damit, wenn einer ihre E-Mails mitliest oder die Telefongespräche abhört, aber Pferdefleisch in der Lasagne, da ist Schluss mit lustig. Da ist eine Schmerzgrenze erreicht, dann kann der Deutsche sich richtig aufregen. Da war aber kurz vorm Aufstand, also ich glaube, wenn sich da herausgestellt hätte, dass da die Amis hintergesteckt hätten, da wäre mal einmarschiert. Aber NSA, da haben die Deutschen kein Problem mit. Das war doch Wahnsinn. Zwei Drittel aller Deutschen sagen, sie fühlen sich ja nicht bedroht, sie haben ja kein Problem mit der NSA. Ich glaube, das liegt ja in dieser christlichen Grundhaltung in diesem Land. Das ist das christliche Abendland. Die Menschen hier sind das gewohnt, dass da einer oben ist, der alles mitsieht und alles aufschreibt. Ich fand das als Kind schon immer ziemlich pervers, die Vorstellung, dass da einer ist, der alles sieht, was ich mache. Auch wenn ich allein am Klo bin oder so. Fand ich das nicht schön. Als sie mir dann gesagt haben, dass Oma auch noch auf der Wolke sitzt und immer auf mich aufpasst, fand ich auch nicht beruhigend, ehrlich gesagt. Aber so wachsen die Kinder hier auf. Im christlichen Abendland glauben die Kinder, einmal im Jahr kommt der Nikolaus, der hat ein großes Buch, da steht alles drin, was sie gemacht haben. Auch das, was vorher nicht bemerkt worden ist. Und dann sagt der Nikolaus, er will die Maria, die E-Mail hätte sie besser nicht geschrieben. NSA heißt, Nikolaus sieht alles. Aber es werden ja nur die Bösen bestraft. Wie bei der NSA, beim Nikolaus auch. Und fürs Bestrafen hat der Nikolaus den Knecht Ruprecht dabei. Und das fand ich auch schon seltsam. Wie pervers muss man sein, um sich so eine Figur auszudenken. Ein Mann, der mit einer Rute kommt, um Kinder zu züchtigen. In Holland heißt der Knecht Ruprecht Svarte Piet. Da war jetzt im Dezember eine Riesendiskussion in Holland. Die haben sich aufgeregt, nicht darüber, dass da einer mit einer Rute kommt, um Kinder zu züchtigen, sondern, dass es ein farbiger ist. Das wäre Rassismus. In den USA heißt der Svarte Piet Obama. Auch Black Bush genannt. Dessen Rute ist eine Drohne. Sehen Sie, und wenn bei der NSA eine richtig Mist gebaut hat, oder zu aufmüffig war, dann muss zur Strafe drei Monate lang das Privathandy von Angela Merkel abhören. Das ist die Höchststrafe. Danach bauen Sie nie wieder Mist, meine Damen und Herren. Ich verspreche es Ihnen. Wir, meine Damen und Herren, das war Sie, die Preisverleihung 2014 aus dem Mainzer Unterhaus zum Deutschen Kleinkohlspreis. Ausgesehrung.